Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Yoga-Einheit wird es kraftvoll, kreativ und fließend und ihr dürft euch auf eine innovative Power-Vinyasa-Sequenz freuen, die euch fordern und an einigen Stellen wahrscheinlich sogar überraschen wird. Wir stärken in einer guten halben Stunde den gesamten Körper und praktizieren neben eher klassischen Asanas auch sehr fortgeschrittene Variationen, die ihr wahrnehmen könnt, aber natürlich nicht müsst. Die heutige Einheit würde ich daher als Mittelstufen-Flow mit fortgeschrittenen Nuancen bezeichnen, der Raum für inneres und äußeres Wachstum bereithält. Achtet also wie immer gut auf euch und praktiziert mit Geduld und Verstand. In diesem Sinne, auf die Mathe und los geht's! Viel Spaß! Wir beginnen im Fersensitz. Leg die Hände entspannt auf deine Oberschenkel, lass die Handflächen nach oben zeigen, nimm die Schultern leicht zurück und verlängere dich über deine Schattelkrone Richtung Himmel. Schließ die Augen, zieh deinen Kinn ganz minimal Richtung Brustbein ran und nimm dir hier einen Moment, um ganz bewusst anzukommen. Spür den Boden unter dir. Spür den Raum, der dich umgibt. Spür die Weite und Fülle in dir. Dann atme hier einmal tief durch die Nase ein und lösen durch den Mund wieder aus. Noch einmal so. Atme tief ein und vollständig wieder aus. Wunderbar. Dann öffne die Augen und lass uns ein wenig körperlicher werden. Mit deiner nächsten Einatmung öffne die Arme zu beiden Seiten, schieb dein Brustbein nach vorn. Mit der Ausatmung werde ganz rund. Stell dir vor, du umarmst einen riesengroßen runden Ball. Einatmen, wieder öffnen. Blick und Herz heben. Hohlkreuz. Ausatmung. Mach dich so rund, wie du kannst. Saug den Nabel ein. Letztes Mal. Einatmen, öffnen. Finde unendlich viel Weite. Und ausatmen. Mach dich ganz rund. Zieh dein Kinn ran. Achtung, verschränk die Hände ineinander. Atme ein. Zieh die Arme nach oben, Handflächen Richtung Decke. Ausatmung. Lass die Schultern tief sinken. Sammel die Rippen ein. Einatmen. Hier finde Länge. Aus. Lehn dich rüber zur rechten Seite. Bring die rechten Fingerspitzen zum Boden. Zieh den linken Arm lang rüber zur rechten Seite. Nächste Einatmung. Komm zurück zur Mitte. Beide Arme heben. Ausatmen. Lehn dich rüber nach links. Linke Fingerspitzen zum Boden. Rechter Arm zieht lang rüber zur linken Seite. Einatmen. Nochmal Mitte. Arme heben. Aus. Verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken. Einatmung. Zieh die Faust nach hinten. Heb dein Herz. Aus. Lehn dich nach vorn. Bring die Stirn Richtung Boden. Zieh die verschränkten Arme lang nach vorne über den Kopf. Nächste Einatmung. Richte dich wieder auf. Und mit der Ausatmung. Löst die Hände. Stell die Finger vor dir auf. Stülp die Füße um. Und finde den Weg in deinen ersten herabschauenden Hund. Richte dich hier kurz ein. Mach auch den Schritt gerne ein bisschen größer. Beine noch leicht gebeugt. Und dann lass die Fersen mal abwechselnd Richtung Boden sinken. Walk the Dog. Nimm auch gern deinen Kopf. Deinen gesamten Oberkörper mit. Schau nach links. Schau nach rechts. Lass die Bewegung hier immer größer. Immer raumgreifender. Immer intuitiver werden. Genau. Dann pendel dich hier langsam wieder ein. Roll mit deiner nächsten Einatmung nach vorne in die schiefe Ebene. Achtung. Ausatmung. Bring die Unterarme zum Boden. Plank. Einatmen. Öffne dich zur rechten Seite. Rechten Arm heben. Side Plank. Ausatmung. Komm zurück zur Mitte. Unterarme zum Boden. Ein. Öffne dich nach links. Linken Arm heben. Side Plank hier. Aus. Zurück zur Mitte. Ausgangsposition. Einatmung. Bring dein Becken zum Boden. Fußrücken. Erden. Swings. Aus. Die Stirn ablegen. Hände unter die Schultern. Ein. Schieb dich zurück Richtung Fersen. Stirb die Füße um. Und aus. Streck die Beine. Herabschauender Hund. Adho Mukha Svanasana. Mit der nächsten Einatmung heb dein rechtes Bein lang nach hinten oben raus. Aus. Rechtes Knie zur Nase. Schultern über die Handgelenke. Ein. Rechtes Bein wieder strecken. Lang nach hinten oben raus. Aus. Rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Schön weit nach oben. Ein. Rechtes Bein nochmal strecken. Aus. Rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Ein. Rechtes Bein nochmal lang nach hinten oben raus. Und aus. Bring den rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände. Linkes Knie erden. Linke Zähne bleiben aufgesteckt. Einatmung. Heb die Arme über vorne nach oben. Richte dich auf. Die Blanche. Aus. Streck dein rechtes Bein. Lehn dich nach vorne. Zieh die Arme lang nach hinten. Freihändiger Runner Stretch. Noch zweimal so dynamisch. Einatmen. Richte dich auf. Arme heben. Die Blanche. Bauch bleibt aktiv. Aus. Bein strecken. Lehn dich nach vorne. Zieh die Arme zurück. Ein. Richte dich auf. Die Blanche. Anjanjasana. Aus. Runner Stretch. Adha Hanumanasana. Achtung. Nächste Einatmung. Komm in den Krieger 1 Variante. Linkes Bein und Arme heben. Ausatmung. Pyramide. Rechtes Bein strecken. Hände zum Boden. Oberkörper tief sinken lassen. Einatmung. Langer Rücken. Blick heben. Halb vorbeuge. Aus. Lass dich nochmal ein Stückchen tiefer über dein ausgestrecktes Bein sinken. Ein langer Rücken. Aus. Tief. Einatmen nochmal heben. Halb vorbeuge. Und mit der Ausatmung komm von hier aus direkt zurück in den dreibeinigen Hund. Rechtes Bein in der Luft. Öffne die rechte Hüfte. Beug dein rechtes Bein. Und dann mache zwei Kreise. Erst in die eine. Und dann in die andere Richtung. Dann bring den Fuß zurück zum Boden. Herabschauender Hund. Atme ein. Roll nach vorne in die schiefe Ebene. Ausatmung. Bring wieder die Unterarme zum Boden. Plank. Ein. Öffne dich nach rechts. Rechten Arm heben. Side Plank. Aus. Zurück zur Mitte. Unterarme zum Boden. Ein. Öffne dich nach links. Linken Arm heben. Aus. Komm zurück zur Mitte. Einatmung. Bring dein Becken zum Boden. Fuß. Rücken. Erden. Swings. Aus. Stirn ablegen. Hände unter die Schultern. Einatmung. Schieb dich zurück. Richtung Fersen. Stirb die Füße um. Aus. Streck die Beine. Herabschauender Hund. Andere Seite. Einatmung. Heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus. Linkes Knie zur Nase. Schultern über die Handgelenke. Ein linkes Bein wieder strecken. Aus. Linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Schön nach oben ziehen. Einatmung. Linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Aus. Linkes Knie zum linken Ellenbogen. Etwas höher. Ein. Linkes Bein nochmal strecken. Und aus. Bring den linken Fuß nach vorn zwischen die Hände. Rechtes Knie erden. Rechte Zehen bleiben aufgestellt. Einatmung. Heb die Arme über vorne nach oben. Richte dich auf. Die Blanche. Ausatmung. Streck dein linkes Bein. Lehn dich nach vorne. Zieh die Arme lang nach hinten. Runner Stretch ohne Hände. Noch zweimal so. Einatmung. Richte dich auf. Arme heben. Bauch bleibt fest. Aus. Bein strecken. Lehn dich nach vorne. Zieh die Arme zurück. Ein. Richte dich auf. Anjaneyasana. Aus. Lehn dich nach vorne. Ardahanumanasana. Achtung. Nächste Einatmung. Komm in den Krieger 1 Variante. Rechtes Bein und die Arme heben. Ausatmung. Pyramide. Linkes Bein strecken. Hände zum Boden. Oberkörper tief sinken lassen. Einatmung. Langer Rücken. Blick heben. Halbe Vorbeuge auf den Fingerspitzen. Ausatmung. Lass dich noch mal ein Stückchen tiefer über dein linkes Bein sinken. Ein. Langer Rücken. Halbe Vorbeuge. Aus. Tief. Einatmen. Noch mal heben. Halbe Vorbeuge. Und aus. Finde direkt zurück in den dreibeinigen Hund. Linkes Bein in der Luft. Öffne die linke Hüfte. Beug dein linkes Bein. Und dann mach zwei Kreise. Erst in die eine. Und dann in die andere Richtung. Dann bring den Fuß zurück zum Boden. Herabschauender Hund. Von hier aus. Bring einmal deine Knie zur Matte. Und komm in die Haltung des Kindes. Lass die Arme nach vorne oder nach hinten ausgestreckt. Und nutze hier einmal die Gelegenheit zum Bewussten wahrnehmen. Zum ganz Bewussten in dich hineinspüren. Und schau einmal, was sich mental und körperlich vielleicht bereits verändert hat. Wenn du die Arme nach hinten hast, bring sie wieder nach vorn. Und dann finde von hier aus den Weg zurück in den herabschauenden Hund. Und wir machen weiter mit unserer Main Sequence, mit unserer Hauptsequenz, Sequenz, Sequenz. Dafür atme ein. Heb dein rechtes Bein lang nach hinten und oben raus. Atme aus. Rechtes Knie zur Nase. Schultern über die Handgelenke. Ein rechtes Bein wieder strecken. Aus. Rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Optional Fallen Triangle. Rechte Fußaußenkante. Links von der Matte zum Boden. Und den linken Arm heben. Ein. Kommt zurück. Dreibeiniger Hund. Rechtes Bein heben. Aus. Rechtes Knie zum rechten Ellenbogen. Optional Eka-Pada-Codinia-Sada 2 Arm Balance. Dafür rechten Oberschenkel auf rechten Oberarm. Linkes Bein vom Boden heben. Ein. Kommt zurück. Dreibeiniger Hund. Rechtes Bein heben. Und aus. Rechts Schritt nach vorn zwischen die Hände. Linken Fuß seitlich quer erden. Nächste Einatmung. Kumpel dich auf. Krieger 2. Aus. Setz dich tief. Einatmung. Dreh die rechte Handfläche nach oben. Zieh dich nach vorn. Aus. Lehn dich zurück. Reverse Warrior. Ein. Kommt zurück. Krieger 2. Aus. Gestreckter seitlicher Winkel. Bring den rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel. Zieh den linken Arm lang nach vorne über den Kopf. Ich biete dir jetzt ein paar Möglichkeiten an, um diese Haltung zu intensivieren. Schau einfach, wie weit du heute gehen kannst und möchtest. Für die erste Intensitätsstufe bringe einmal deine rechte Hand oder deine Faust innen vom rechten Fuß zum Boden. Für die zweite Stufe komme die gebundene Haltung, indem du mit deiner rechten Hand hinter deinem rechten Oberschenkel dein linkes Handgelenk greifst. Und wenn du noch mehr willst, dann strecke von hier einmal dein rechtes Bein. Du bleibst aber am Bein. Und bleibe noch für einen Atemzug in deiner Variante. Ein. Und aus. Und dann wollen wir von hier aus alle gemeinsam den Weg in den dreibeinigen Hund finden. Dafür löst deine Variante auf, bring die Hände zum Boden und schieb dich in den dreibeinigen Hund, rechtes Bein in der Luft. Öffne die Hüfte, beug dein rechtes Bein und komm von hier aus in Wild Thing, deine Rockstar Pose. Bring den rechten Fuß hinter dir zum Boden, Becken schieb nach oben. Sehr gut. Von hier aus zieh dein rechtes Knie zu dir ran, komm in den Seitliegestütz. Und dann greife deinen großen Zeh. Und wenn du kannst, beginne dein rechtes Bein senkrecht Richtung Himmel zu strecken. Von hier aus führe deinen rechten Fuß an den Anfang der Matte. Dreh dich auf nach links, bring die Hände vors Herz. Und wir landen in Skandasana, unserem Spider Lunge. Richte dich auf in den Krieger 2. Zurück, setze deiner Matte, atme ein. Atme aus, setz dich tief. Einatmen, linker Arm zieht nach vorn, Handfläche zeigt nach oben. Aus, lehn dich zurück, streck dein linkes Bein, Reverse Trikonasana. Achtung, nächste Einatmung, komm in den Krieger 1 Variante. Rechte Ferse und die Arme heben. Aus, verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken. Einzieh die Arme nach hinten, heb dein Herz. Und aus, verlagere dein Gewicht nach vorne auf dein linkes Bein. Und lass für unseren verrückten stehenden Spagat, dein Oberkörper Richtung Boden sinken. Und bring das rechte Bein so hoch, wie du kannst. Du kannst natürlich jederzeit deine Hände zur Hilfe nehmen. Hauptsache, du genießt hier ein wenig das Spiel mit der Balance. Okay. Mit der nächsten Einatmung, richte dich auf, komm ins Stehen. Zieh dein rechtes Knie zu dir ran, heb die Arme nach oben. Atme aus, kreuz den rechten Fuß über den linken, bring die Hände vors Herz und finde den Weg bis ganz nach unten in die ganze Vorbeuge. Einatme in halbe Vorbeuge langer Rücken. Achtung, Ausatmung, mach eine 180 Grad Drehung zur linken Seite und wandere mit deinen Händen nach vorne und wir landen wieder in unserer schiefen Ebene. Atme ein hier. Atme aus, senk ab, halb oder ganz. Einatmen, aufschauender Hund oder Cobra. Ausatmung, herabschauender Hund. Du hast die erste Seite erfolgreich hinter dich gebracht. Du weißt jetzt also, was dich erwartet und wir machen das Ganze gemeinsam noch einmal auf der anderen Seite. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen. Atme ein, heb dein linkes Bein lang nach hinten und oben raus. Atme aus, linkes Knie zur Nase, Schultern über die Handgelenke. Ein, Bein wieder strecken. Aus, linkes Knie zum rechten Ellenbogen, optional Fallen Triangle, dafür linke Fuß außenkante rechts von dir zum Boden, rechten Arm heben. Ein, kommt zurück, dreibeiniger Hund, linkes Bein heben. Aus, linkes Knie zum linken Ellenbogen, optional Eca Pada Codinia Senna 2, Arm Balance, auch auf dieser Seite, heb ab. Ein, kommt zurück, dreibeiniger Hund, linkes Bein heben. Und aus, links Schritt nach vorn zwischen die Hände, rechten Fuß seitlich quer erden. Einatmen, kurbel dich auf, Krieger 2. Aus, setz dich tief. Ein, dreh die linke Handfläche nach oben, zieh dich nach vorn. Aus, lehn dich zurück, Reverse Warrior. Ein, kommt zurück, Krieger 2. Aus, gestreckter seitlicher Winkel, linker Unterarm auf linkem Oberschenkel, rechter Arm zieh lang nach vorne über den Kopf. Auch hier kommt wieder eine kleine Auswahl an Möglichkeiten. Schau einfach, was heute für dich passt. Entweder bleibe, was vollkommen fein ist. Oder bring deine linke Hand innen vom linken Fuß zum Boden. Oder komm in die gebundene Haltung, indem du mit deiner linken Hand hinter deinem linken Oberschenkel dein rechtes Handgelenk greifst. Oder wenn du noch mehr willst, dann strecke von hier einmal dein linkes Bein. Egal wo du bist, atme einmal tief ein. Und aus. Weiter geht's in den dreibeinigen Hund. Dafür löst deine Variante auf, bring die Hände zum Boden. Und schieb dich nach hinten, linkes Bein in der Luft. Öffne die Hüfte. Beug dein linkes Bein. Und komm von hier aus in Wild Thing, deine Rockstar Pose. Bring den linken Fuß hinter dir zum Boden. Schieb dein Becken nach oben. Wunderbar. Dann zieh dein linkes Knie zu der Randseitliegestütz. Greife deinen großen Zeh. Und wenn du kannst, beginne dein linkes Bein senkrecht Richtung Himmel zu strecken. Von hier aus führe deinen linken Fuß an den Anfang der Matte. Dreh dich auf nach rechts, bring die Hände vors Herz. Und wir landen in Skandasana, dem Spider Lunge. Von hier aus richte dich auf. Krieger 2 zurück zu deiner Matte. Atme ein. Atme aus. Setz dich tief. Einatmen. Rechter Arm zieht nach vorn. Handfläche zeigt nach oben. Aus. Lehn dich zurück. Lehn dich zurück. Streck dein rechtes Bein. Reverse Trikonasana. Achtung, nächste Einatmung, komm in den Krieger 1 Variante, linke Ferse und Arme heben Aus, verschränk die Hände hinter deinem unteren Rücken Ein, zieh die Arme nach hinten, heb dein Herz Und mit der Ausatmung, verlagere dein Gewicht nach vorne auf dein rechtes Bein Und lass für unseren verrückten stehenden Spagat dein Oberkörper Richtung Boden sinken Und bring dein linkes Bein so hoch wie du kannst Du weißt, du kannst jederzeit deine Hände zum Boden bringen für mehr Stabilität Aber lass es dir auch gerne ein bisschen wackeln Okay, mit deiner nächsten Einatmung richte dich auf, komm ins Stehen Zieh dein linkes Knie zu dir ran, heb die Arme nach oben Atme aus, kreuz den linken Fuß über den rechten Bring die Hände vors Herz und finde den Weg bis ganz nach unten in die ganze Vorbeuge Einatmung, halbe Vorbeuge Und Achtung, mit der Ausatmung mach eine 180 Grad Drehung zur rechten Seite Und dann wandere mit den Händen nach vorne und lande in der schiefen Ebene Einatmen hier Ausatmung, senk ab, halb oder ganz Ein aufschauender Hund oder Kobra Und aus, genüsslich nach hinten und oben in den herabschauenden Hund Atme hier einmal tief durch die Nase ein Und lösen durch den geöffneten Mund wieder aus Noch einmal so Atme tief ein Und lösen gerne mit einem Seufzer aus Du hast alles Anstrengende geschafft Atme nochmal ein hier Und mit der Ausatmung wandere mit den Füßen nach vorne durch Und komm ins Sitzen Für unseren sitzenden Schmetterling Badakonasana Bring die Fußsohlen zusammen Greif deine Füße oder Fußgelenke Und lass deine Knie erst mal Ein paar Mal von oben nach unten wippen Fliegender Schmetterling Flying Butterfly Dann komm wieder zum Stillstand Atme ein hier Finde maximale Länge in deiner gesamten Rückseite Und mit der Ausatmung bring die Hände vor dir auf die Matte Lass dich tiefer nach vorne und unten sinken Wenn du kannst, dann bring gerne deine Unterarme zum Boden Lass den Kopf hängen Und verweile für ein paar tiefe Atemzüge hier in dieser Vorbeuge Spür die Dehnung deiner Leisten Spür die Länge in deinem Rücken Und erlaube deinem Gesicht Ganz weich zu werden Nimm alle Mimik raus Entspann den Kiefer und auch ganz bewusst den Punkt zwischen deinen Augenbrauen Atme nochmal tief ein Und aus Dann richte dich langsam wieder auf Stell die Füße auf, die Hände hinter dir Und lass deine Knie abwechselnd ein paar Mal rüber zur rechten und linken Seite sinken Dann komm zurück zur Mitte Greife unter deine Kniekehlen und rolle Wirbel für Wirbel in Rückenlage Für einen schönen Hamstring Stretch Strecke dein rechtes Bein einmal lang zum Boden aus Hebe es mit der Einatmung senkrecht Richtung Himmel Und dann umgreife entweder deinen rechten Oberschenkel Deine rechte Wade oder deine rechte Ferse Und zieh dein rechtes Bein sanft zu dir ran Lass den Fuß dabei geflext Und spüre die wunderbare Dehnung, die von deinem Fußspann bis in dein Gesäß wandert Strecke optional dein linkes Bein lang am Boden aus Und bleibe noch zwei tiefe Atemzüge Wunderbar Dann löst das Ganze wieder auf Und wir wechseln die Seiten Stell dein rechtes Bein auf Hebe dein linkes Bein senkrecht Richtung Himmel Und greife deinen linken Oberschenkel, deine linke Wade oder deine linke Ferse Flex den linken Fuß Und zieh dein linkes Bein sanft zu dir ran Spür die Dehnung auf dieser Seite Nimm wahr, wo sie beginnt Und wo sie dein Körper wieder verlässt Wenn es sich angenehm anfühlt, streck gerne dein rechtes Bein lang am Boden aus Und verweile auch hier für zwei weitere Atemzüge Dann löst das Ganze wieder auf Strecke beide Beine am Boden aus Zieh die Arme lang nach hinten über den Kopf Zieh deinen gesamten Körper auseinander Atme ein, mach mal alles fest Halte Atme aus Lass alles los Für eine abschließende, kurze liegende Drehung Zieh dein rechtes Knie zu dir ran Bring es rüber nach links Während du den rechten Arm zur rechten Seite rausstreckst Zwei Atemzüge hier Ganz für dich Die Augen gerne geschlossen Dann komm zurück zur Mitte Wechsel die Seiten Bring dein linkes Knie rüber nach rechts Und streck den linken Arm zur linken Seite raus Auch hier Zwei Atemzüge Der Bauch dabei weich Der Körper entspannt Sehr schön Dann führ dir zurück in die Ausgangsposition Zieh die Knie zu dir ran Umarm dich Atme hier einmal tief ein Halte Und mit der Ausatmung Lös Auch Streck die Beine lang am Boden aus Leg die Arme bequem neben dich Und mach dich bereit für unsere Schlussentspannung Für unser Shavasana Gerne deck dich zu Oder zieh dir was Warmes über Und dann genieße zwei Minuten Der absoluten Stille Lass alles los, was dich festhält Und genieße dein Shavasana Und dann jedenfalls subscribed Rats nie genieße dein Oarr und bis zum einen Ich schaue Entste Mit taking Ausatmung En Deine Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bring die Arme lang nach hinten über den Kopf. Zieh dich auseinander. Mach das, was du jetzt brauchst, um zurückzukommen. Und wenn du so weit bist, dann finde über die Seite zurück ins Sitzen. Finde einen bequemen Sitz deiner Wahl. Gerne den Schneidersitz. Atme hier ein, heb die Arme nochmal ganz kraftvoll über beide Seiten nach oben. Atme aus, bring die Hände vors Herz. Lass die Daumen dein Brustbein berühren, um so den Kontakt zu dir selbst herzustellen. Senk den Blick. Verneig dich in tiefer Dankbarkeit und Anerkennung dir selbst gegenüber. Und so wie wir auf der Yogamatte immer wieder üben, uns den Erfahrungen und Herausforderungen zu öffnen, so nimm diese Qualität mit und öffne dich auch dem Leben mit all seinen Farben und Facetten. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Namaste.